Teddy Coe besaß ein Dutzend Häuser in der Gegend. Er nannte sie Wäschereien, und bei Tag wurde tatsächlich darin auch gewaschen und gebügelt, aber sie dienten nur als harmlose Fassade für ein viel düstereres Gewerbe. Bei Nacht huschten heimlich Männer und Frauen hinein, steckten Coes an die Miermädchen Geld zu und entschwebten dann ins Süße vergessen. Sid sah sich im ersten Raum um, konnte aber nirgendwo Litten entdecken. »Wo ist Litten? Und der Arzt?«, fragte er Teddy. »Hier irgendwo,« sagte er und deutete auf eine Tür. Sie betraten einen anderen Raum, ähnlich dem ersten, nur lauter, weil sich zwei Frauen darin stritten. Die eine, eine Brünette, lag träge auf einem Podest neben einem hübschen Jungen, der nicht älter als 18 sein konnte. Die andere, eine schlanke Blondine, hatte das Handgelenk der Dunklen gepackt und schimpfte mit ihr. »Das ist eine sehr starke Drogemord,« sagte sie, »die nur von Ärzten eingesetzt werden sollte. Sie macht süchtig und ist äußerst gesundheitsschädlich.« Die dunkelhaarige Frau stieß einen langen, gequälten Seufzer aus und sah sich hilfesuchend im Raum um. Ihr Blick blieb am Teddy hängen. »Komm, mein Lieber, könntest du sie nicht rauswerfen?«, fragte sie und stützte sich auf. »Wer ist das?« »Meine Schwester.« »Dann wirf sie selber raus, Mord,« rief Teddy. »Und du gehst auch. Schließlich ist sie bloß deinetwegen hier.« Die blonde Frau erhob sich. Sie war schmächtig und trug eine Brille. Sid schätzte sie auf etwa 1,70. »Sie täuschen sich, Sir,« sagte sie. »Ich bin für jeden einzelnen armen Süchtigen in diesem Raum hier.« Sid seufzte. »Eher und Frankie sollten im Bark sein, um mit dem Rest der Männer einen anstehenden Job zu besprechen, einen sehr lukrativen. Und stattdessen hing er hier herum und erledigte eine Arbeit, für die Teddy einen Jungen in kurzer Hose hätte engagieren können.« »Teddy, wo ist der verdammte Doktor?«, zischte er. »Bist du blind? Der steht vor dir.« »Wer? Sie? Das ist doch eine Frau,« sagte Sid. »Gut beobachtet,« warft die blonde Frau ein. »Ich bin tatsächlich Ärztin und gleichzeitig Mitglied der Gesellschaft.«